Hey Leute, was geht? Ich bleib auch nicht mehr heute mit Ente, was geht? Was geht? Was geht? Und Leute, ihr seht es richtig, wir haben ja ein schwarzes Loch in der Hand, Ente. Wir müssen nicht einfach nur rumklicken. Ente, komm mit, ich zeig dir, was passiert. Oha, was hat dich... Nein, ich wollte zum Baum gehen. Oh mein Gott, man verschlägt hier wirklich alles. Leute, das ist so wie deine Hand, Alter. Die sieht ja aus wie so eine Mistkugel, Alter. Warte, komm mal mit, Ente. Hier ist, glaube ich, die Bank. Kann ich die... Oh mein Gott, ich kann die aufsaugen. Oha, ich sehe es gerade bei dir. Oh mein Gott, das Auto, du kannst das Auto... Oha, ich habe irgendeine schwarze Kugel aufgesaugt. Alter, es wurde auch reingesaugt. Ach, da ist die PvP-Zone, da können auch Spieler aufsaugen und so, lol. Alter, der hat mich einfach weggesaugt, Junge. Warte, kann ich dich einsaugen? Nein, 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 nein. Warte, diese Steine, kann ich die mitnehmen? Ja, die kann ich nicht. Alles, Alter. Die Erde kann man die mitnehmen, das geht... Doch, hier ist ein Stuhl. Wir sehen jetzt ganz viele Gegenstände, wir können einfach... Oh, ich habe gerade einen Container mitgenommen, jetzt noch einen Baum. Hier ein Auto, oh mein Gott. Junge, so krank. Und das schwarze Loch wird immer größer, wir können immer mehr mitnehmen, das wird heftig. Die Steine, was noch hier, die ganzen Pflanzen... Ist so. Alter, wo bist du? Ah, da, hinten was geht. Ich habe gerade ein bisschen Bäume, die Lampe, kann man die auch mitnehmen? Mal gucken, das klappt. Nein, ich kann dich nicht mitnehmen. Oh, Alter, du kannst dann alles mitnehmen. Nein, ey, das ist so... Komm, wir mal ein bisschen mitnehmen, ich will nur gucken. Nein, endlich, Alter, ich nehme dich mit... Warte, ey, du hast das Auto eingezogen. Alter, komm. Ja, ich habe das eingezogen. Alter, sie ist sauer. Oh, Alter, Junge, nein, ich habe die Sauerstraub-Sauger. Nein. Junge, denk dich halt, da brauchst du größere Kugel. Oha, hier ist jetzt ein Container, nehme ich mit. Ja, meine Kugel wird immer größer, ich habe noch kein Geld bezahlt, wirklich. Hä, safe, ich habe noch kein Geld bezahlt. Mal gucken, ob wir heute Geld bezahlen werden müssen. Ich glaube nicht, weil das geht eigentlich so richtig schnell. Hä, geht schon richtig gut, Alter, feier ich gerade richtig. Ich auch, hier einen Baum noch mitnehmen, hier noch Auto. So, jetzt mal gucken, was kann man hier zum Shop holen? Bin ich gespannt. So, ich kann hier verkaufen. Ach, wird dann wieder eine kleine Kugel, oder was? Nein, warte, erst mal gehe ich in den Shop. Schwarze Löcher. Ah, man kann immer... Oha, das ist dann viermal zu stark. Die werden immer stärker. Oha, wie? Ah, aber ich muss, glaube ich, meine Bauklötze verkaufen. Warte mal. Ja, jetzt habe ich keine mehr, okay? Aber kann ich das jetzt kaufen? So, kaufen. Hat geklappt. Was? Oha, warte, jetzt habe ich eine neue schwarze Kugel. Oh, die glitzert so jetzt ein bisschen. Okay, nice. Exakt hier, Alter. Hier, Alter, komm. Oha, deine schwarze Kugel ist auch schon richtig groß. Ja, wo bist du? Aber ich kann jetzt hier neben dir, hinter dir. Ey, sag den Bro hier ein. Oha, meine wird jetzt richtig schnell groß. Nein, nein, ich hab mich seitens auch. Du wurdest eingesaugt, Ribbente. Alter, meine wird jetzt ultra schnell groß. Eben hat es noch ultra lange gedauert, aber jetzt geht es übel schnell. Hier ist ein Bones. Mitnehmen, let's go. Ey, wo kaufe ich schon ein, Alter? Erstmal musst du deine Bauklötze da verkaufen. Die Legoschneile. Warte, wo ist das? Hier weitere Belohnungen gibt es auch noch. Nice. Warte, erst mal verkaufen. So, nice. Jetzt habe ich schon 84 Coins. Nein, jetzt kann ich das nichts holen, oder? Na, 31 gekauft. Das nächste kann ich... Ah, nein, mir fehlen doch zwei eben in 10. Aber die ist jetzt rot. Okay, mal gucken. Kann ich die Lampe mitnehmen? Kann ich mitnehmen? Oha, wie schnell wird die jetzt groß? Die wird immer größer. Oha. Echt jetzt? Ja, das geht immer schneller. Krass. Junge, also, meine will. Ich hab erst die Glitzer. Junge, oha, die wächst immer weiter. Oha. Alter, ich hab schon 65, 73 Bauklötze. Das geht richtig schnell voll. Okay, ich hab schon 100. Ich bin komplett voll mit Bauklötzen. Was, hast du 100 Bauklötze, Alter? So krass bin ich gar nicht, Junge. Warte mal, mal gucken. Wo kann ich mehr Bauklötze... Klötze... Ah, hier. Hä? Nee, das kann nicht sein. Wo kann ich denn mehr Platz kaufen? Hier? Mal gucken. Hier nicht. Okay, dann verkaufen wir die mal wieder. Zack, jetzt hab ich 169. So, schwarze Löcher. Kaufe jetzt das Orangen. Das gibt neunmal so viel Bauklötze. Nice. Das nächste kann ich sogar auch schon kaufen. Das Gelbe mit zwölfmal so viel. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jo, wie OP bist du, Alter? Welcher ist du, Alter? Hey, ich bin voll, Alter. Ich muss kaufen. Ich hab erst die Glitzerkugel, Junge. Oha, man könnte auch theoretisch hier mit Echtgeld was kaufen. Warte, was könnte man hier kaufen? Ach, andere Kugeln oder was? Aber egal. Ich hol mir erst mal nochmal die ganzen Gegenstände. Da ist ein Gegner. Den hole ich jetzt gleich. Oh, ich hab die Orange. Und was hast du? Ich hab die Gelbe. Was? Die Gelbe ist so... Ja. Oha, ich bin jetzt richtig schnell auf 100. Aber wie kann man da mal einen Platz kaufen? Ich verstehe das doch nicht. Verkaufen. So, zack. Und wie viel hab ich jetzt? 133. Mir fehlt noch ein bisschen. Okay, da ist ein Gegner. Mal gucken, ob ich den Krieg. Los, komm her, Mann. Let's go. Oha, und hab ihn eingesaugt. Was geht? Was bleibt? Den Container nehme ich auch noch schnell mit. Und dann kann ich, glaube ich, bestimmt wieder verkaufen gehen. So, alle Container hier aufsaugen. Let's go. Okay, kann wieder verkaufen, glaube ich. So, verkaufen oder Geschäft. Wie kriege ich maximale neue Größe? Wie geht das? Oha, ich hab jetzt auch Geld. Warte mal, ich kaufe einfach das hier. Vielleicht ist es ja das. Ah, damit kriegt man mehr Platz. So, jetzt hab ich es verstanden. Okay. Hä, wie? Jetzt kann meine Kugel noch größer werden. Hier, du musst diese Blitze kaufen. Energie. Ach so, Energie, Alter. Nice, jetzt kann die Ultra groß werden. Warte, erstmal geh ich verkaufen. Ey, wir hatten einfach gar keine Energie. Wir haben es gar nicht gezeigt. Ja, ach, komplett Noobs. Ist so. Aber jetzt haben wir es. Ja, 165 haben ich. Nice, dann kann ich auch weiter kaufen. Okay. Die nächste kostet 288. Mal gucken, wie schnell ich das vollkriege. Entschuldigung, ich will dich dahin sehen. Was geht? Ey, du wirst hier mal richtig langsam. Ey, komm mal her. Nein, Entschuldigung. Nein, du hast mich besiegt. Nein. Ja, Mann. Ich gucke gerade ganz weit, ob es hier noch irgendwie neue Gegenstände gibt. Gibt es hier auch neue Maps und so? Weiß ich gerade gar nicht. Portale, oder so, glaube ich. Da gibt es Portale. Lass uns mal gleich gucken. Vielleicht gibt es auch so eine Stadt, die man einsaugen kann. Wäre auch echt cool. Oh, da ist Noob. Komm, ja, Mann. Den hole ich. Ja, ich habe gerade auch einen Spieler geholt. Alter. Oha, aber jetzt geht es echt immer schneller. Heftig. Jetzt sauge ich hier richtig schnell alles ein, weil jetzt habe ich auch voll die große Range. Hier, mir kann keiner mehr was. So, ich nehme alles mit, Mann. Du, da hat mich gerade gescampt, Alter. Ich hätte einer gescampt. Ja. Und das ist ein Spieler. Habt den. Nice. Oha, und bin voll. Zack, verkaufe ihn. Ich habe 400 bekommen, oha. 400, Alter. Alter, es wird immer größer, immer schneller. Die nächste kostet jetzt 500. Oh, mein Gott. Okay, jetzt müssen wir 500 Punkte sammeln. So, dann kann ich auch mal Blitze hier mehr Platz kaufen, mehr Energie. So, jetzt kann meine Kugel richtig groß werden. 600 Bauklötze habe ich jetzt Platz. Dann fangen wir mal hier an. Oh, ich habe doch 219. 219? Ja, Alter. Du bist richtiger, du Bette. Jo, was denn du Bette? Ich mache dich fertig. Du musst sehen. Warte, ich gehe mal durch so ein Portal. Mal gucken. Da steht auch irgendwie PvP. Mal gucken, ob man da hinkann. So, let's go. Hey, es klappt. Oha, wo bin ich? Ja, hier ist die PvP-Arena. Komm mal hierhin. Was? Da gibt es PvP? Wo? Wer ist der? Ah, da. PvP, die grüne. Und jetzt neue Gegenstände, oder? Ja, hier sind so neue Steine und so, okay. Ey, warte, ich komme auch. Schön. Und da in der Mitte ist so eine Krone. Was macht die? Das sind so Schatztruhen. Mal gucken, was bei denen passiert. Oha, du bist blau, Alter. Bin ich jetzt der König, oder was? Steinblocks ist der König. Komm, Ente, willst du biefen, oder was? Ey, Junge, ich saug gerade doch ein bisschen. Warte, ich noch gleich. Ich saug dich jetzt, Ente. Nein, Alter, ich saug dich an, Junge. Du willst mich saugen? Guck mich an, Ente. Du hast keine Chance. Komm, Ente, ich saug dich an. Ente, bitte, bitte. Bleib stehen, Ente, keine Angst. Du musst nicht nicht da sein. Bleib stehen. Alter, wir müssen doch frei. Ja, ich saug dich, glaube ich, oder? Wir sind die Beste. Ja. Oha, mein Gott, nein. Sag mal, Ente, du bist der beste Kollege, Mann. Junge, Alter, du warst doch Pro, Ente. Komm, du saug dich einfach ein. Ich, Mann. Junge. So, Alter, die Kugel ist auch mittlerweile wieder riesengroß. So, aber ich im Vergleich daneben, man sieht mich fast gar nicht mehr. So, Alter, aber ich glaube, jetzt haben wir die wieder voll und können verkaufen gehen. Wie viel Geld bekomme ich jetzt? Ich hab mit dir, Alter, wir bussen dich einfach hoch, Alter. Du saugst mich die ganze Zeit ein. Weiß nicht, ob das so viel bringt. So, Ente, bist du das, oder was? Nein, 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 aber ich bin safe, Alter, hä? Ist man da wirklich safe? Ja, zum Glück, Alter. So, Alter, egal, ich geh mal zurück. Ah, hier kann man verkaufen, hier kann man auch verkaufen, nice. Aber warte, ich will mal durchs nächste Portal. Mal gucken. Atlantis, kann man da rein? Eine Million Münster, Alter. Oh, eine Million. Ja, Mann, Alter. Was? Warte, ist denn ich bin von Pizzo, ne? Hä, ich schon, aber ich kann es nicht einsaugen. Ich dich auch nicht. Ja, jetzt hab ich es nicht. Danke, Mann. Eine Million braucht man. Denkst du, wir schaffen das heute noch? Ey, safe dich, Alter. Weißt du, wie viel das ist? Das ist ja ultra viel. Vielleicht kann ich es, wenn ich es kaufe, vielleicht geht das halt schneller. Mal gucken. Aber für mich sieht es gerade noch irgendwie unmöglich aus. Ist so, Alter, viel zu viel. Ich mach hier noch einmal schnell meine Bubble voll und dann kommt ein Gegner. Nein, das war es mit mir. Das war es mit mir. So, let's go. Ich geh verkaufen. Was passiert? Wie viel kriege ich? Plus 200. Okay, wie viel hab ich jetzt? Wie teuer ist die nächste? 503. Easy, kann ich kaufen. 880 kann ich auch noch kaufen. Und die gibt mir jetzt für ein... Die gibt jetzt 30 Mal so viel Steinklötze. Mal gucken. Boah, was 30 Mal so viel, Alter? Boah, die wird ultra schnell jetzt groß. Und schon mit einem Gegenstand ist sie direkt gewachsen. Und die leuchtet auch richtig cool. Sieht aus wie Lava oder so. Na, Auto, komm mit. Ja, ich seh mir wirklich alles mit, man. Ente, soll ich mir die hier für Echtgeld holen? Irgendwie hab ich Lust. Ja, mach, Alter. Warte, ich brauch jetzt... Hab ich überhaupt genug Robox? Mal gucken. Ich glaub, das waren jetzt 2 Euro oder so. Okay, kann ich das jetzt kaufen? Öffnen Sie eins, eh. Oha, okay, ich öffne jetzt irgendwie eins. Was passiert? Was? Was krieg ich jetzt? Oha, ich hab einen dunklen Stern bekommen. Was, Alter? Mal gucken, was ist jetzt? Wie rühst du dich denn aus? Ach, dann gib mir bestimmt Bonus. Okay, wie seh ich den? Okay, die gibt mir hier mehr Chancen, hier mehr Geld zu kriegen und so. Okay, dann gucken wir mal, ob das jetzt schneller geht. War die überhaupt wertvoll? Nein, ich glaub nicht. Halt so ab. Ich glaub, die war richtig schlecht. Okay, meine ist jetzt so groß, wie es geht. Und ich hab eine richtig gute Stelle zum Farben gefunden. Hä, mich, Alter. Zeig ich dir gleich. Komm mal gleich mit. Okay, ich muss jetzt verkaufen gehen. So, verkaufen. Let's go. Wie viel krieg ich? 2200. Okay, nice. Was, Alter? Hä, welche Farbe hast du? Äh, jetzt hab ich die Eisfarbe Blau. Ey, du holst mir. Was, Alter? Junge, Alter, bist du nur zu der Mitte mit dem Blauen? Hey, Alter. Nein, hier hinter dir, guck. Was geht? Komm, Mensch. Warte, ich kauf. Ich hab wirklich die beste Stelle gefunden zum Farben. Okay, mal gucken, wie schnell die jetzt weg ist. Zack, mit einem. Oh, den Spieler muss... Oh, pass auf. Nein, der hat mich genommen. Da, wo du gerade bist, das ist wirklich die beste Stelle zum Farben. Oh, Alter, Junge, Alter. Weil du kannst die Riesensteine die ganze Zeit mitnehmen. Oh, der wird dich gar nicht besiegen, der Typ. Du musst dir alles einsaugen, Junge. Nein, er wird mich einsaugen. Wer gewinnt, wer gewinnt? Er hat gewonnen, nein. Wie hoch ist das so gut, Alter? Alter, wir sind mittlerweile Riesenstaubsauger. Ist so, Alter. Leute, schaut euch das jetzt an. Ich nehm mir komplett alle Steine mit. Jetzt hab ich noch 4000 Platz. Jetzt bin ich gespannt, wie groß ich werden kann. So, kommt mit, saugt hier alle ein. Wirklich ein richtig guter Ort zum Farben hier. So. Ich bin so ein Staubsauger geworden, wirklich. Junge, ist ja auch, Alter. Wie war Chips, Alter, so. Mittlerweile hab ich noch meine Kamera ganz weit oben, damit ich hier überhaupt noch was sehen kann. Oh, da ist ein Brunnen. Kann man den Brunnen mitnehmen? Der sieht richtig cool aus. Oh, ich hab den ganzen Brunnen mitgenommen. Heftig. Was? Als ob? Ich glaube, ich hab gerade die größte Kugel. Oder? Da hinten sind auch andere Spieler. Junge, ich besiege die da, hä? Alter, wie kann das sein? Ich besiege die da, Ente. Oh, das ist schwarze Kugel. Wer wird gewinnen? Schwarze Kugel oder ich? Er hat gewonnen. Was? Ich verstehe das auch nicht. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Immer besiegen mich die Spieler. Alter. Ich hab dich eingesaugt. Junge. Okay, Leute. Wenn ihr mehr davon wollt, ihr seht gerade, wie riesengroß wir sind. Wenn ihr wollt, dass wir zur nächsten Map gehen und alles, lasst einen Like da. So, ich kann auch einmal verkaufen. Zack, jetzt hab ich wieder die kleinste Kugel. Mal gucken, welche ich hier noch kaufen kann. Die kann ich noch kaufen, die Schleimkugel. Aber, Leute, wenn ihr mehr davon wollt, lasst, lasst da schon mal zuvor. Und dann würde ich sagen, Tschüss. Ciao.